hallo hier ist martin von meine manche ist das die DAX Analyse für nun Montag den 22.05.2023 und unser DAX strotzt nur so vor Unzerstörbarkeit um mal das passende Bild hier mit reinzubringen es sieht sehr 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 gut aus aber man muss ein bisschen aufpassen jetzt wir sind nämlich am Allzeithoch angekommen das heißt wir haben ein sehr 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 großes Bewegungsziel überhaupt erreicht das Bewegungsziel resultiert letztendlich aus dem Trendbruch der zum einen hier entstanden ist als auch er hier schon ein bisschen angesiedelt wurde hier hat der Winkel dann gut gepasst hier ist der Trend gebrochen wir haben höheres hoch erstmalig hier ein höheres hoch ausgebildet das hatte hier noch ein bisschen gefehlt hier gab es höheres hoch dann gab es höhere tiefs weitere höhere hochs weitere höhere tiefs und so weiter und so fort es ist der DAX am ersten Ziel angekommen das erste Ziel hier eben bei 16.285 und da muss man auch schon sagen das ist ein wichtiger Zielbereich ja also das sollte man auch nicht unterschätzen so ein Allzeithoch kann eine gewisse Reaktionskraft entfalten und ich sag mal wenn es im Kleinen nur eine Gegenbewegung auf was ist das hier 15.89, 15.69 wird wo der hier so lange von unten dran rumgeturnt hat ja selbst wenn das im Kleinen nur wird dann wäre das trotzdem angemessen das heißt wenn man irgendwo Frontalshort sucht ist das sicherlich eines der besten Bereiche überhaupt hier im Umfeld ich persönlich handhabe es trotzdem so ohne Runden Kerzen ohne Stunden Kerzen oder wie auch immer wird ich persönlich nicht shorten auch in der Bewegungsphase wird ich nicht shorten aber ich finde hier ist es wirklich legitim das ist der markanteste Bereich den wir überhaupt im Chart haben überhaupt im gesamten Chart haben dieses hoch das steht so markant raus überall das ist gewiss jetzt eine wichtige Signalmarke nehmen die auch gut nach unten reagieren kann und in der ersten Reaktion hätten wir eben Platz auch bis 15.89, 15.69 die Hochsparte immer von unten dran geschossen hatte grundsätzlich möchte ich aber sagen weil viele immer so an einem Allzeithoch den Eindruck haben viele haben immer so den Chart vor Augen und sagen sich dann okay naja wo soll er denn oben noch weit hin steigen nach unten hat er doch viel mehr Platz weil hier oben ist ja nichts mehr weil der Chart hört so auf das ist nicht richtig dieses Rand gehen ja das muss man auch so sagen das heißt wer ja short unterwegs ist der muss halt wirklich sein Risiko auch ex also wirklich am hoch begrenzen man kann sich das nicht erlauben zu sagen okay ich geh jetzt hier einfach short 300 Punkte zu Bloss das wird schon reichen das wird mir nicht rausgegangen das ist nämlich Quatsch das funktioniert nicht das das instinktiv ist das so bei uns drin und wir können uns sowas super zurecht legen aber in den meisten Fällen funktioniert es einfach nicht ich brauche schon ein Signal ein Short Signal und dann muss ich das das Signal auch als Stop Loss nutzen das heißt dort hinter die Signalkarte dann auch mein Stop Loss legen weil ihr kennt alle ihr kennt alle den DAX Verlauf seit keine Ahnung irgendwann Anno sonst sowas den gab es auch mal bei 1000 warum steht er jetzt bei 16.000 und früher stand er bei 1000 weil irgendwann auf einem Altzeithoch auf einem neuen Altzeithoch einfach von 1000 weiter auf 3000 4000 5000 gelaufen ist um dort eben wieder nach unten zu reagieren ja um dann eben das ist ja eigentlich die Betonung um dann eben auch erst wieder nach unten zu reagieren und vorher halt wirklich richtig richtig viel Bewegung zu machen ja und dann war irgendwann auch nur bei 5000 dann ist er vielleicht irgendwann nochmal auf 9000 hoch gekommen hat dort wieder zur Seite rum gebuckelt dann ist er richtig nochmal runter gekommen auf 12.800 gestiegen auch von dort nochmal richtig weit nach unten gekommen und immer diese Punkte wo dieses Altzeithoch ist ja unterschätzt das nicht wie viel Bewegungsgewalt ein Markt an so einem Punkt nochmal freisetzen kann das sind häufig auch noch mal gut zweieinhalb bis 5000 Punkte Bewegungsspielraum den sich ein Markt an einem Altzeithoch freisetzt das gilt ja nicht nur für den DAX als Index das gilt ja für Assets allgemein also egal ob das jetzt Rohstoffe sind oder ob das Aktien sind Allzeithoch sind technisch betrachtet Kaufsignale die zeigen Marktstärke und sagen vor allen Dingen an dass hier genug Käufer dabei sind die den Markt eben hoch kaufen wollen und das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten also ich kann mich gut daran erinnern früher habe ich in solchen Situationen immer angefangen mit so Sachen wie ich fange jetzt an Short zu kaufen alle 100 Punkte erhöhte Positionsgröße das wird schon klappen weil nach unten ist das Potenzial ja größer ja das funktioniert nicht das hat noch nie funktioniert also bei mir hat es nicht funktioniert ich kenne vielleicht jemanden der bei dem hat es einmal funktioniert und dann aber zehnmal wieder nicht sowas kann man sich direkt abschmieren stattdessen eher auch im gedanklich bisschen im Kopf mit anfreunden wenn das jetzt hier kein Doppeltop wird und der nicht wenn der einbricht hat er von mir natürlich richtig viel Gewalt ne wir haben jetzt gesagt Mindestziel ist mal 12,89 aber du kannst von so einem Doppeltop wenn der wenn der Markt richtig das Doppeltop anspielt also wenn er es richtig macht auch auf hoher Ebene auf Monatsebene auf Wochenebene dann ist das Kursziel des Doppeltops das tief dazwischen ja da reden wir von von knapp 12.000 wenn der Markt sich hier am Doppeltop richtig also wenn das hier insgesamt ein Doppeltop wird das hier das zweite und das hier als Eintop gewertet wird nicht auf Tagesebene sondern auf Wochenebene auf Monatsebene dann haben wir hier Eintop hier das zweite Doppeltop und dann wäre Kursziel 12.000 aber das wäre mir jetzt hier zu früh dafür brauchen wir mindestens rote Wochenkerzen die davon wegstrahlen idealerweise sogar eine rote Monatskerze dann kann man auf eine 12.000 ziehen also deswegen ist es das ist ein negatimer Bereich zu shorten aber da gehört ein Stop Loss hin da gehört eine Risikobegrenzung hin zieht er das nämlich nicht durch machte hier kein Doppeltop wirklich der kann der kann der kann mehr als 1000 Punkte weiter oben laufen nicht direkt nicht nicht am Montag versteht das nicht falsch sondern über die nächsten Monate vielleicht auch sogar Jahre dann wird doch immer mal wieder zurückkommen wird auch vielleicht das Niveau noch mal tangieren aber versteht das Prinzip was was ich hier aufgemalt habe guckt euch alte Charts an warum sind die heute so hoch wenn doch ein neues Allzeithoch immer wieder ein Grund ist zu shorten das hört man immer ganz bei ganz vielen ein neues Allzeithochgrund zu shorten ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall ja und das wollte ich eigentlich nur noch ein bisschen ins Bewusstsein einrufen ansonsten können wir für den Montag festhalten dass ich persönlich abwarten würde bis bis die XETA Öffnung erst mal durch ist also so die erste keine Ahnung Stunde 9.30 Uhr 9.30 Uhr 10 Uhr in dem Drehraum würde ich mir angucken was als nächstes macht also wo wirklich dann der aktive Handel hintrifftet ob das neue Tageshochs wären oder ob das neue Tagestiefs wären wären das neue Tagestiefs würde ich mich auf einen Rücklauf einstellen 2.30 Uhr ist eine erste Anlaufstation 2.30 Uhr ist eine erste Anlaufstation die nächsten Anlaufstation ist bei 1.60 Uhr rum und dann sieht es schon eher nach Nr 1289 bis 1289 bis 1289 die Zone der letzten Hochsee aus ja das wäre von oben kommt Anlaufstation die Hauptanlaufstation eigentlich müsste man so sagen ja das sind soweit die unteren Ziele und oben kann man sagen während jetzt die nächsten Etappen Ziele die nächsten kleineren Etappen Ziele bei 16.365 und 16.490 zu suchen wenn er nach 10 Uhr neue Tageshochs macht wären das die nächsten zwei kleineren Zielzonen die ich hier in petto hätte und weiteres müsste man dann tatsächlich erst aus der aktiven Bewegung rauslesen denn der Markt war noch nie hier hat keine Widerstände das heißt es fällt ihm jetzt auch viel leichter diese Widerstände nach oben zu durchlaufen neue Widerstände auszubilden und die müssen erst mal abgewartet werden und ja von daher würde ich sagen gucken uns mal an wie es sich jetzt mit dem neuen Allzeithoch schlägt ob er abverkauft oder nicht ähm wie gesagt ich das wenn er abverkauft wäre das tatsächlich jetzt hier auch wenn ich immer sehr long motiviert war jetzt hier jetzt den Tag und Wochen ähm wäre das tatsächlich ein Niveau von dem ich es mir sehr sehr gut vorstellen könnte weil es auch technisch richtig gut reinpasst aber man muss das Signal halt bringen halt ne man muss halt wirklich anfangen nach unten auszustrahlen ja dann würde ich hiermit das Video zumachen wünsche euch viel Erfolg am Montag gutes Gelingen und macht was aus bis dahin tschüss